Hallöchen, ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Folge Anno 1800 Endlosspiel in Fortgeschritten mit Tipps für Einsteiger. Ich bin Izzy Warnow von Enschmuftlis und schön, dass ihr da seid. Ja, ich habe hier gerade eben so ein leckeres Eis hier gegönnt. Es ist richtig, richtig super lecker. Ich weiß gar nicht, wo sie die Milch dafür herhaben, ja? Ja, keine Ahnung. Ja? Wir haben ja noch nicht mal Elektrizität hier. Was haben wir denn hier? Die Boxing Arena. Oh, yeah. Ich bin schon ewig lang nicht mehr durch meine Gassen gegangen. Oh, komm ich nicht durch. Ah doch. Ui. Hallo. Ach, ne süße Muzi. Bisschen eng hier, aber es geht schon, gell? Das geht schon, ja. Was ist denn da? Aha. Was? Die Expedition ist zurückgekehrt. Ja, schön. Was haben wir denn eingefangen? Einen Elefanten, einen Löwen und ein Nashorn. Wow. Wenn wir gleich ausstellen in unserem Zoo. Ah ja, und eine Perle. All die sagenhaften Länder existieren. Existieren wirklich? Existieren wirklich? Ja gut, dann wären wir auch, ähm, ein bisschen Sekt. Und, ähm, den Rettungseinsatz gleich machen. Mal schauen, vielleicht gibt's da wieder super coole Spezialisten, die wir finden. Auf geht's. Auf geht's. Und hier Tiere. Den hier weg. Den hier leider weg. Und den hier leider weg. Okay. 506 Attraktivität. Schön. Schön, schön, schön. Gedenktag ist auch. Bauzeit minus 30 Baukosten. Wir müssen ein paar Schiffe machen. Wow. Wo hab ich denn so viel Einfluss? Plus 200 Kultur. Was? Ach so, das sucht ein Palast, ja. Plus 5 die Ingenieure. Mhm, mhm, mhm. Okay. Da haben wir eh schon viele Schiffe, aber ist okay. Wir brauchen mehr. Wir brauchen immer mehr, mehr, mehr. Denn unsere Artister bekommen jetzt mal ein Elektrizitätswerk. Dafür kraut's mir schon, die ganzen Betriebe stillzulegen. Aber naja. Und zwar brauchen wir Fenster und Beton. Ich hoffe, die sind schon in der Zwischenzeit angekommen. Ja. Ist es genügend Beton? Nein. Dann holen wir uns von der Nachbarinsel. Ich glaub, da hab ich Beton noch. Beton. Ja. Randvoll. Randvoll der Beton. Da kann man ruhig was abzweigen, ja? Beton. Danke, tschüss. Für Schutz ist gesorgt. Ach. Die Dampfmaschinen sind auch da. Stahlträger. Noch mehr Beton. Wow, ey. Mir geht's super. Ist das jetzt ausgeladen? Ja. Okay. Dann bauen wir mal ein Elektrizitätswerk. Milch kann in Rindergehegen gewonnen werden, wenn sie das Hauptgebäude ihrer Rinderfarm mit Strom versorgen. Okay. Jetzt müssen wir allerdings in die Statistik wieder schauen, denn... Ihre Bewohner möchten unbedingt Eiscreme schlecken. Eine der Hauptzutaten Milch können sie in den Gehegen ihrer Rinderfarmen gewinnen. Okay. Ich sehe zwar jetzt nichts dabei, aber... Ja. Wir warten noch auf Öl. Wird schon eingeladen. 100 Tonnen. Wow. Okay, okay. Und schon haben alle Betriebe Elektrizität. Das heißt... Wir schauen mal, wie viel wir brauchen. Zum Beispiel Rindfleisch. Wir brauchen... Schau mal erst mal hier. Weil wir machen zu viele Bananen, zu viele Hüte. Und da müssen wir jetzt einfach ein bisschen abarbeiten. Und ja, ich würde sagen, wenn ich das mache, sehen wir uns gleich wieder, weil... Statistik, ja... Statistik. Das ist so ein Thema... Bisschen langweilig. Deswegen überspring ich das gleich und wir sehen uns gleich wieder, ja? Schiff vom Stapel gelaufen. Okay, also... Ich konnte sehr viele Betriebe wegmachen und... Ja, und dafür wurden auch sehr viele Einwohner wieder frei. Nämlich habe ich jetzt 1.300 Obreros frei wieder und... Ja. Ähm... Expeditionen kamen auch daher, aber die habe ich jetzt noch übrig gelassen für euch. 105 Prozent. Das machen wir ja gleich und... Die Zigarrenfabrik habe ich stehen gelassen, weil wenn ich jetzt eine abgeschaltet hätte, wäre ich... Also hätte ich jetzt zu wenig gemacht. Äh... Ich könnte hier noch ein bisschen das Arbeitspensum reduzieren, aber das mache ich jetzt nicht. Deswegen habe ich hier unten noch ein paar Tabakfelder und ein paar Kräuterfelder eben nachgerüstet. Das schaut ganz schön aus, finde ich. Irgendwann muss man halt auch mit Traktoren arbeiten. Und ich weiß, dass es ein Item gibt für die Landwirtschaft in der Handelskammer. Das ist die Baumträgerin. Und die gibt noch extra... Pro Runde, denke ich, Tabak, wenn man die in die Handelskammer zu einem landwirtschaftlichen Betrieb gibt. Also zu einem von denen hier. Genau. Da muss ich dann auch irgendwann damit anfangen, eine Handelskammer für die zu bauen. Und Traktoren und Dünger. Und ich habe auch die Hasienda umgesetzt, damit ich da oben ein paar Betriebe noch bauen kann. Mal schauen. Ich glaube, jetzt steht sie ganz gut. Da oben, ja, da könnte man noch ein bisschen Eisen, keine Ahnung, Eisen, Eisen, Eisenerz. Mal schauen, was wir da oben noch alles bauen können. Vielleicht ein paar Baumwollplantagen. Ach ja, Baumwollplantagen, die habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Ich glaube, da müssen wir welche nachbauen für Taburin. Ja, eine Tonne. Also eine Baumwollplantage. Können wir da oben ja mal hinpflastern. Die ist relativ groß. Ich will jetzt nur die Felder haben. Okay. Ach, so schön, wie das immer aufgebaut wird. Ja, wir machen jetzt eine Tonne mehr. 15 Tonnen. Sollen wir noch eine Speck ab? Nee, oder? Ja, okay. Machen wir noch eine. Weil es gerade so schön ist. Am liebsten baue ich sowieso hier in Anno 1800 Farmen. Das hat was Entspannendes, ja. So. Okay, jetzt kann ich wieder auf normale Geschwindigkeit stellen. Sonst wären wir heute nicht mehr fertig. Und gut. Schauen mal, wie es um unsere Eiscreme bestellt ist. Denn die möchten ja Eiscreme. Als Zufriedenheit. Und unsere Ingenieure möchten auch gerne Eiscreme haben. Und die machen wir. Oh Gott, aus Milch. Die machen wir bereits, die Milch. Dann aus Zitrusfrüchten. Zwei Stück. Okay. So schön. Langsam muss ich mir eine eigene Insel besorgen. Apala. Ich will die aber, dass die gleich gebaut wird. Dann eine Eiscreme-Fabrik. Tja. Machen wir die gleich unter Strom. Dann müssen wir noch zwei Baumschulen bauen. Einer hat hier hinten noch Platz, oder? Hm, nee. Hier und hier. Nein. Ja, okay. Die ein Prozent jeweils. Das verkraften wir schon. Und eine können wir noch hinpflastern. Muss ich mir in Zukunft eine eigene Insel für Baumschulen dann besorgen. Okay. Dann. Schokolade. Schokolade brauchen wir viel. Also ich habe hier noch eine Fabrik. Dann brauchen wir auch wieder mehr Zucker. Mehr Kakao. Okay, okay. Und. Jetzt schauen wir mal. Wie schaut es aus mit der Schokolade? Mit der Schokolade. Alles. Konsum gut. Gut. Okay. Okay. Mach mal eh viel zu viel. Okay, okay. Die habe ich schon aufgestellt. Ja. Dann Zucker als Zwischenprodukt. Passt. Und Zuckerrohr. Passt nicht. Zwei müssen wir nachlegen. Da habe ich aber nur zwei Farmen, die stillgelegt sind. Die kann ich einfach in Zuckerrohr umwandeln. Und das ist auch das Coole an der Hartzien da. Also man muss ja keine neue Farm bauen. Sondern. Ich kann hier direkt umwandeln. Und schon statt Mais wird hier Zuckerrohr angebaut. Wie es halt im echten Leben so ist. Einfach mal der Samen geändert. Und schon passt es dann auch wieder. So, was brauchen wir jetzt noch? Ah ja, Kakao. Kakao. Dünger ist das Lager voll. Kakao. Okay. Kakao haben wir hier. All Mars. So, damit wir auch hier ein paar Felder verwenden. Ja, und jetzt sind die Hacienda. Das ist hier wahrscheinlich zu weit weg. Ja, also. Brauchen wir es hier hin? Geht das noch? Geht das noch? Ja, ist noch grün. Passt. Ich glaube, wenn über 50% in diesem blauen Kreis sind, dann funktioniert das noch. Einfach so mal nach oben. So. Okay, wie schaut das aus mit dem Kakao? Noch zwei. Noch zwei? Ernsthaft? Wow, ey. Wie viel Kakao wollen wir denn, ey? Hier ein zweites Lagerhaus rein. Wir müssen das Land erst vorbereiten. Passt das jetzt mit Kakao? Nein, eine noch. Achso. Oh. Wir müssen das Land erst vorbereiten. Ja, ja. Das ist... Das war jetzt nix gut. Nix gut. Dachte mir schon, warum bin ich so schnell hier? Ja. So, jetzt an glaube ich passt. Jetzt passt's. Schlingern. Ah ja, schlingern. Das ist nicht gut. Nicht, dass wir kippen. Ohne Belohnen entdeckt. Ach, eindrucksvoll Terrakotta-Figur. Sehr eindrucksvoll. Können wir trotzdem in unserem Museum ausstellen. Gut, dann wird ja schon mal Eiscreme gemacht. Wie wäre es mit einem Rundgang? Ja, gerne. Rundgang. In unserer coolen Eiscreme-Fabrik. Sehr gut. Das heißt, wir brauchen ein neues Schiff, was uns Eiscreme abtransportiert. Aber Eiscreme ist schon ziemlich heftig zu machen mit der Schokolade. Ah, perfekt gefüllt hier, wenn ich hier den... Wenn ich hier bei den Ingenieuren am Carp... Oder wollen die auch Eiscreme? Nein, die wollen keine. Also, Ingenieure wollen Eiscreme. Das war eine Lösung. Genau, wenn ich die hier... Oh, eine Einwohneraufgabe. 20 Tonnen Fisch. Ja. Ein stark vergrößertes Teleskop hier. Danke. Danke, danke. Das habe ich schon immer gebraucht. Ähm. Ja, genau. Wenn ich jetzt so ein hier... Hier mache ich ja Eiscreme. Hier brauche ich auch Eiscreme. Eiscreme hier. Hier mache ich genug für alles. Ja, sogar eine Tonne zu viel. Das ist gut. Das heißt, wir sagen dem Schiff, bitte lade Eiscreme ein. Eiscreme hier. Mindestbestand. Ja, sagen wir mal 20 Tonnen. Alles darüber, das darfst du abschöpfen. Und gut. Brauchen wir nur noch ein Schiff. Wir haben eh genug. Hier sogar mit Propeller diesmal. Und wir sagen, okay. Neue Welt. Einmal Eiscreme. Eiscreme. So. Bitte ans Kap schiffern. Neue Welt Kap. Und schon kriegen wir wieder mehr Ingenieure. Sehr gut. So wollen wir das. Okay. Wir haben noch ein paar zu Artiste auf. Brauchen die Kirche? Nein. Weil dann kann ich die verschieben. Nehme ich hier ein bisschen nach oben. Auch die hier verschieben wir. Genau. Und ja, als nächstes wollen sie dann Parfum und eine Samba-Schwule. Okay. Ab 2700. Boah, muss ich schon die vierte Reihe Artiste anfangen, ey. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Nein, Abel. Ja, schön, dass er da ist. Und noch ein paar mehr. Ja. Okay. Ein paar zu viel, aber das macht jetzt nichts. Wir schauen, ob sie noch alle anderen Grundbedürfnisse haben. Ja, also Kaffee machen wir noch genug. Totillias, mhm. Ist am Anschlag, ist okay, würde ich sagen. Mezcal, können wir noch eine neue aufmachen. Ich habe die jetzt gelöscht, ja. Dann machen wir zu wenig. Mezcal. Nein, ich habe es nicht gelöscht. Ich bin bloß gar nicht präzise. Okay. Das heißt aber, wir brauchen Wir sind bereit. auf dieser Insel einen Lufthafen. So viele Formalitäten. Wer braucht das schon? Moderne städtische Einrichtungen beschützen die Stadt ohne ständig um Erlaubnis zu fragen. Nun ja, jedenfalls, solange der Feuerwehr dreht. Okay, ja. Eine Feuerwehrzentrale kann man bauen. Aber ich will hier einen Lufthafen bauen. 60 Tonnen Holz, 60 Tonnen Ziegel, 45 Aluminium. Neutralen Auftrieb erreicht. 60 Tonnen Holz. 60 Tonnen Holz. 60 Tonnen Ziegel und Aluminium. Wo bist du hier? Ab daher. Bin ich gespannt, weil ich möchte hier einen Pendlerkite zum ersten Mal bauen. Eine Pendlerstation, weil hier habe ich alle Arbeitskraft schon belegt und würde aber gern mehr Kräuter anbauen für unsere Mescal-Produktion. Ah, voll gegen den Wind. Bereit für den Einsatz. Ja, ich glaube, ich brauche mehr Aluminium. Drehen wir noch mal um und holen noch mal 50 Tonnen. Hilft nix. Sobald eine städtische Institution ausgebaut wurde, reagiert sie automatisch auf alle Zwischenfälle. Wählen sie ihre Feuerwache aus, um das Menü zu öffnen und sie auszubauen. Okay. Aha. Aha. Sollen wir mal ausbauen? Wow. Eine richtige Zentrale. Feuerstationzentrale. Neues Stockwerk. Wahrscheinlich auch mehr Unterhalt, aber das haben wir ja noch zum Glück. Genau, das können wir dann hier dann auch machen. Ah ja, da muss man erstmal ausbilden. So, Aluminium. Nicht schlafen. Und einmal nach Espinoco, ja. Baftzu heißt die Insel jetzt, ja. Nämlich, da gibt es was zum Buffen und natürlich Zucker. Ja. Kräuter für Zucker, also für Mesker. Nicht vergessen, jede ausgebaute städtische Institution benötigt bestimmte Waren für ihren Betrieb. Falls diese fehlen, reagiert sie wie eine gewöhnliche städtische Institution. In einem solchen Fall werden nicht sofort Helfer losgeschüttet, sondern sie müssen sich darum kümmern, freiwillige Helfer anzuwerben. Ach so, was brauchen denn die Feuerlöscher? Oh Gott. Ein ungesunder Geist. Fragen wir Dr. Salvador. Gott sei Dank kann man an Bord und er regelt Feuerlöscher. Oh Gott. Die baut man aus Stahl und Kautschuk. Aha, aha. Im Labor. Oh Gott. Deswegen gibt es hier Eisenerz-Aufdänze. 30 zu 45, okay. Zwei Kautschuk-Plantagen. Uiuiui. Jetzt sollen wir mal zwei ausbauen. Also wir bauen mal einen Hochofen. Ist auch wieder schon minus Attraktivität. Soll man nicht hier bauen? Haben wir Eisen? Nein, wir haben hier kein Eisen. Nein. Oh Mann. Pigmente. Wir sind bereit. Dann bauen wir erstmal alles nach der Reihe. Ja, einen Lufthafen. den bauen wir hier oben. Wahrscheinlich braucht er auch eine Straße. Ich weiß es nicht. Und eine Pendlerstation. Jetzt haben wir zu wenig Kreuz. Oder? Nee, ich glaube, das geht sich aus. Naja. Seid sie leer? Nee, seid nicht leer. Bitte fliegt's wieder nach oben. Sehr gut. Wie schnell die sind. Tschüss. Eine Pendlerstation. Aha. Okay, hier brauchen wir auch eine. Alle Inseln in der neuen Welt, auf denen dieses Modul steht, können Arbeitskräfte untereinander teilen. Ja, genau. Das habe ich jetzt auch schon gecheckt. So, wo räumen wir dich hin? Hier her. Hier ist noch ein bisschen Platz für dich. Mach mal genug Holz. Nein. Brauch ein paar mehr Holzfüllehütten. Was ist das? Das Postamt. Achso. Dann machen wir halt hier den Hochofen mit 209 Attraktivität. Ist halt so. Gibt's eine normale Feuerwache dazu. So. Und machen wir genug Eisenerz? Nein. Und auch nicht genug Kohle. Aber hier haben wir gerade ein Eisenvorkommen. Das ist ganz gut. Können's richtig gleich hier rein karren. Und, äh, ich glaube, Kohle brauchen wir noch. Ja. Wobei, wir könnten mal den Heliumeinschluss stoppen, weil ich glaube, wir haben genug Helium. Ja, 900. Oder diese Kohlebräume für das Box-Sittke. Ja, ja, ja. Oh, nein. Ja, dann machen wir noch eine Kohle, Kühlerei. Äh, wo war ich? Hier. Gut. Gut, gut. Und dann... Ein bisschen Kautschuk wieder. Kautschuk brauchen wir immer. Ah, die schöne Musik. So, wie schaut's aus mit Kautschuk? Gut. Brody braucht auch noch Kautschuk. Ja. Und schon. Ah ja, ein Labor müssen wir noch bauen. Labor, Labor. Gibt keine Elektrizität fürs Labor. Dann bauen wir es einfach hier zu unserem Hochofen. Boah, das knarzt da. Ah, es wird dunkel. So. Wow, ey. Wir haben eine... Ein Labor, was Feuerlöscher macht, ey. Uh. Cool, ey. Ja, da bin ich mal gespannt. Wenn ich die andere noch ausbaue. Wird mir dann angezeigt, wie viele Feuerlöscher ich so brauche? Oder brauche ich dann pro Brand einen Feuerlöscher? Oder... Hm. Bauen wir das mal aus. Und dann... Und dann... ...siehen wir hier hoffentlich irgendwo, wie viel Feuerlöscher wir brauchen. Eine Tonne. Okay. Mach mal. Wir brauchen weniger als eine Tonne. Na gut. Na gut. Okay. Ja, die Feuerwehrzentrale. Die hat's geschafft. Fügt sich super ins Stadtbild ein. Ja. Ja, die neue Welt gefällt mir ganz gut. Mit den Artista. Hat was, ja. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schauen, wie ihr das so findet. Und nein, ich habe jetzt keine Zeit für die Expedition, denn ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich freue mich immer sehr darüber. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi ihr. Tschüssi ihr.